Ah ja, das ist gut, ja, das ist gut. Der kleine Junge saß am Straßenrand. Seine Eltern haben ihn verlassen. Es war kalt, es hat geregnet, da kam eine Uma vorbei und gab ihm zu essen. Doch der Junge mochte kein Leberwurstbrot. Ja, das ist gut. Ich bin Musikproduzent, ja. Ich komponier gerade für nächsten Samstag Musikantenstahl, ja. Kommt immer gut, so Omas verlassene Kinder, tote Haustiere, ja. Da heulen die Omas in ihre Erbsenzubbeer. Irgendjemand muss den Schwachsinn ja produzieren, den die Idioten kaufen, ja. Ich bin halt Musikproduzent, ne. Musikproduzent, ne. Musikproduzent. Musikproduzent.